Hallo, ich komme gleich zum Punkt. Hier ist unsere neue HM SR30 Ranger, die es zu einem Hammerpreis geben wird. Die HM SR30 Ranger ist ein Jagdgewehr für Jäger, die echte Puristen sind. Hier spielt Schönheit, Komfort, Gravuren keine Rolle. Ganz im Gegenteil. Es ist ein ganz einfaches Werkzeug. Hier kommt es einfach nur auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Funktion ab. Die HM SR30 Ranger wird es nur als Rechtssystem geben. Sie wird nur im Kaliber .308 verfügbar sein. Sie wird eine Lauflänge von 50 cm haben. Ihr Laufdurchmesser beträgt 15 mm. Sie wird keine offene Visierung haben. Sie wird mit einem Mündungsgewinde M14x1 mit einer geretteten Buchse verfügbar sein. Es wird standardmäßig die Stahl-Pikadive-Schiene vormontiert sein. Die Abzugseinheit wird aus blankem, reinem Alu sein und wird mit einem schwarzen Abzug versehen. Um Ihnen die HM SR30 Ranger zu so einem Hammerpreis anbieten zu können, ist Ihr Oberflächen-Finish durchgehend in der Herstellung sehr einfach gehalten. So, und jetzt will ich Sie nicht alle länger auf die Folter spannen. Der Hammerpreis für diese Waffe sind 1480 Euro. Und wie es im Leben so ist, hat die Medaille immer zwei Seiten. Und auf der zweiten Seite steht geschrieben, dass es für diese Waffe keine außergewöhnliche Beratung geben wird. Diese Waffe wird ausschließlich nur per Mail zu bestellen sein. Und an dieser Waffe werden keine außergewöhnlichen Veränderungen oder sonst extra Wünsche durchgeführt. Diese Waffe ist vom Paket fest vorgegeben und wird nicht mehr verändert. Die HM SR30 Ranger hat eine Besonderheit. Die verfügbare Schaftvariante ist im ständigen Wandel. Darum behaltet die Ranger gut im Auge. Und an dieser Stelle möchte ich mich von Ihnen wieder verabschieden. Bitte denkt immer daran, die Jagdzeit ist Heimzeit. Ich wünsche Ihnen immer nur das Beste, kräftig Weidmannsheim. Und bis bald!